den Abgeordneten Alois Reiner für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für ein gutes Leben. Wie richtig ist diese Aussage? Wir eröffnen die Internationale Grüne Woche traditionell damit, dass wir hier im Hohen Haus die Debatte zum Anlass nehmen, um über die aktuellen Entwicklungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsbranche sprechen. So zum Beispiel auch über die neuesten Erkenntnisse des Ernährungsreports 2018 der Bundesregierung, der aussagt, dass sich die Ernährungsgewohnheiten der Menschen in Deutschland verändern. Der Verbraucher interessiert sich mehr denn je über die Herkunft, die Herstellung und die Zusammensetzung der Lebensmittel. So heißt es auch, dass der überwiegende Teil circa 63 Prozent bewusst einkauft. Auch der Verbraucher ist bereit, mehr für Qualität und Lebensmittel zu bezahlen. Und wenn Sie den Verbraucherschutz ansprechen, kann ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur bestätigen, dass es selbstverständlich unsere Aufgabe ist, den Verbraucher informieren zu lassen. Die Sicherheit für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist richtig und wichtig und muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mir auch dazu sagen, dass wir in Deutschland im weltweiten Vergleich schon jetzt die höchsten Sicherheitsstandards und die strengsten Gesetze im Ernährungsbereich haben. Aber auch selbstverständlich gibt es auch Punkte, über die wir weiter konstruktiv diskutieren müssen. Kein Thema, aber auch mit der Unterstützung der Wissenschaft. Und meine Damen und Herren, in vielen Regionen können wir regionale Lebensmittel direkt vor der Haustür produzieren und die auch dementsprechend erwerben. Und liebe Frau Kollegin Mindner, mir ist es schon ganz recht als Lebensmittelproduzent, dass wir regional einkaufen. Und es soll so viel wie möglich regional eingekauft werden. Auf der anderen Seite muss es uns aber in unserem Land schon erlaubt sein, auch für Produkte aus anderen Ländern Werbung zu machen und Produkte aus anderen Ländern zu uns zu nehmen, weil auch wir in anderen Ländern unsere Produkte verkaufen wollen. Der Trend zur Regionalität und Nachhaltigkeit hält an. Und das öffentliche Interesse für die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Wenn die Menschen verstehen, wie produziert wird, wächst auch die Anerkennung und das Verständnis und damit die Wertschöpfung, damit, Entschuldigung, die Wertschätzung und gleichzeitig auch die Wertschöpfung. Ziel ist es, den Verbrauchern durch eine ausreichende Transparenz in der gesamten Lebensmittelkette eine eigenverantwortliche und sachkundige Entscheidung zu ermöglichen. Gesundes Essen ist Genuss und eine ausgewogene Ernährung ist das beste Rezept für eine gute Gesundheit. Meine Damen und Herren, die Grundlagen für eine gesunde Ernährung werden in der Landwirtschaft gelegt. Unsere Land-, Forst- und auch Fischereiwirtschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft und berührt uns alle in unserem täglichen Leben. Sie schaffen unsere Lebensgrundlagen. Um die natürlichen Produktionsgrundlagen für die Landwirtschaft zu bewahren, müssen wir unsere natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen und erhalten. Daher ist es mir ein besonderes Anliegen, dass nicht gegen die Land- und Ernährungswirtschaft gearbeitet wird, sondern vielmehr mit Ihnen zusammen. Ich sehe unsere Aufgabe darin, die Landwirtschaft in Deutschland zu unterstützen. Wir müssen die Weichen stellen, damit Landwirtschaft auch noch in vielen Jahren interessant ist. Das heißt unter anderem auch, dass wir den Landwirten die Möglichkeit geben, im Stall und auf den Feldern zu arbeiten und nicht durch mehr und zum Teil auch unnötige Bürokratie in die Büros fesseln. Wir brauchen eine selbstbewusste und nachhaltige und vor allem eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft. Lassen Sie mich abschließend noch einen Dank aussprechen. Ein besonderer Dank ergeht an all diejenigen, die dafür sorgen, dass die Land- und Ernährungswirtschaft in Deutschland eine gute Sparte in unserem Land ist. Aber lassen Sie uns mit denen zusammen in dieser Sparte für weitere gute Ernährung für unsere Menschen in unserem wunderbaren Land sorgen. Vielen herzlichen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte.